Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Das war eher kompliziert. Nein, diese Kerlchen hatten es nicht wirklich leicht. Aber sie gaben niemals auf. Oh, hallo, Papagena. Tu le bela con la papaya. Ladies and Gentlemen, Scarlett Overkill. Hat keiner von euch je davon geträumt, eines schönen Tages für den größten Superschurken aller Zeiten zu arbeiten? Ich liebe dich, Scarlett. Das sind die neuen Rekruten. Nein, nein, sagt jetzt nichts. Ich verstehe eh nichts. Wisst ihr, wer das ist? Die, äh, la Cucaracha? Das ist Queen Elizabeth. Und ich will wirklich, wirklich, wirklich ihre Krone. Ihr wollt euch die Krone der Queen angeln. Aber dafür müsst ihr erstmal an mir vorbei. Ha, 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 ha. Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, ha. Ach, Corona. Oh, ha, ha. Oh, ha, ha. Oh, ha, ha. Ihr heimtückischen kleinen Verräter. Kacki-Tori. Scarlett. Das Scarlett könnte euch sparen. Ich möchte nicht, dass ihr das falsch versteht, aber ich hasse euch. Das ist Folter. Jungs, lasst das. Das ist wirklich unprofessionell. Juhu. Oh, ha. Hm, die Bellas. Ah, ha.